Jede Stunde produziert ein Liter Wasser und wir sammeln dieses Wasser hier. Und alle haben einfach das gelassen, denn das tropft, tropft und man denkt, dass nicht so viel Wasser rauskommt. Aber nach einer Stunde ein Liter Wasser. Ah, hier ist schon... und dieses Wasser ist wie Gold für uns. Irgendein bisschen Wasser, die Pflanze kann überleben. In der Trockenzeit ist Wasser auf der Insel Mangelware.